Das Staffelfinale der 17. Staffel der Bergdoktor rückt immer näher. Am 7. März heißt es dann erst mal wieder Abschied nehmen von Dr. Martin Grubackow. Doch auf Instagram gab es für Fans nun einen kleinen Lichtblick. Die offizielle Seite der Sendung postete jetzt erste Infos zur 18. Staffel und Fans sind voller Vorfreude. Eingefleischte Bergdoktor-Fans haben das Staffelfinale der 17. Staffel der beliebten ZDF-Serie längst online in der ZDF-Mediathek gesehen. Auch im TV wird es ab dem 7. März erst einmal ruhig um den Bergdoktor und sein Team werden. Doch Fans können aufatmen, bereits im April soll es mit neuen, spannenden Folgen weitergehen. Das T-Serte jetzt das der Bergdoktor-Team auf ihrer Instagram-Seite an. Es heißt, Ende April geht es weiter in die unglaubliche 18. Staffel und fragt die Fans nach ihren Gedanken, Wünschen und Ausblicken für die kommende Staffel. Das ließen sich die Anhänger der beliebten Ärzte-Serie nicht zweimal sagen. Viele hatten einen besonderen Wunsch, die Rückkehr von Martins, Ex Anne Meierling. Ich wünsche mir die Anne zurück oder meine Traumvorstellung wäre gewesen, Anne kommt zurück, lauten nur ein paar der Stimmen aus den Kommentaren. Ob die einstige Partnerin des Bergdoktors wirklich wieder zurückkehrt, bleibt abzuwarten. So unglaublich wie die neue Staffel werden soll, scheint ja alles möglich zu sein. Das wertvoll decidet sein, dass er nicht wärmnah sein wird. Untertitelung des ZDF, 2020